Hey Leute und willkommen endlich mal wieder zu einem Opening hier auf meinem Kanal, es ist schon echt lange her, traurigerweise, aber es ist auch gerade nicht so einfach für mich die ganzen Dinge mal zu kaufen und dies und das und dieser YouTube-Kanal und Ebay und es ist gerade einfach ein bisschen zu viel, sind wir mal ehrlich, ich habe es ein bisschen übertrieben mit den ganzen Sachen. Aber endlich mal wieder ein Opening, was mich sehr interessiert hat und zwar von Disney feiert ja 100 Jahre und da gibt es ja Mystery-Figuren in Metall-Optik, die sind wirklich schwer und es gibt diese hier drin und wir hätten natürlich gern DJs oder natürlich irgendwas cooles wie die Grinse-Katze, ich bin ein riesen Alice-Fan, das wäre geil. Woldi auch sehr cool, also prinzipiell sehr nice. Ich habe drei gekauft, meine Freundin Diana hat auch eine gekauft und da kann ich euch mal direkt zeigen, wie sowas aussieht und zwar er hier. Sie hat den Clan aus der Monster-AG gezogen, die sind wirklich sehr hochwertig und sehr schwer, also wirklich, da ist ordentlich Gewicht drin und der ist auch mega süß. Eine Bäm, richtig geile Metall-Figur auf jeden Fall. Wie gesagt, den hat Diana rausgezogen aus der Tüte und ich bin gespannt, was wir heute rausziehen werden. Wie gesagt, sorry, dass aktuell so wenig Videos kommen und ich hoffe, ich kann bald wieder ganz normal aufnehmen, dass jede Woche wenigstens ein Video kommt oder so. Ich habe noch drei Milliarden Sachen von meiner Sammlung zu zeigen, dies, das, Ananas. Ich würde sagen, wir gehen mal rein in die erste Tüte. Wir haben hier drin immer so ein Zettelchen mit, oh Gott, ne, aufpassen, nicht verschlucken, nicht essen, was weiß ich. Und Figur hier drin ist, oh lol, Winnie der Puhbär. Oh, ist der süß. Oh, der ist knuffig. Winnie der Puhbär. Und dann auch hier, neben Alice, knapp vorbei. Natürlich kann man ein bisschen, wenn man dran rumfummelt, ertasten, was könnte drin sein. Aber auch das ist sehr schwer, wenn man sie noch nicht gesehen hat, wie sie aussehen. Aber sehr geil, ein Winnie der Puhbär. Der gefällt mir schon mal gut. Ich mag den kleinen Winnie. Den mag ich sehr. Ja, dann nächstes Boosterpack sozusagen. Wieder diese, äh, wieder diese Verpackung, die wir wegwerfen. Instant, flup, flup. Und was haben wir hier drin? Nein, nochmal ein Winnie. Okay, Leute, ich habe zwei Winnie Puhbären. Ich weiß nicht, ob der Jena einen haben will, sonst kriegt der Jena natürlich einen. Oder ich werde ihn irgendwann vielleicht mal verlosen aus Spaß und so weiter. Ich glaube, so ein Pack hat circa 3,50 Euro gekostet. Ist also voll okay, finde ich, für diese hochwertigen, schweren Figuren. Und ja, wir haben ernsthaft zwei Winnies gezogen. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, es kommen bald wieder mehr Videos. Ich kann wieder mehr machen, mehr von meiner Sammlung zeigen. Dies, das, Ananas, alles wieder ein bisschen aufleben lassen. Bevor wir das letzte reingucken. Also ja, ich hoffe, das geht bald alles wieder gut. Ich kann bald wieder Videos machen. Meine Sammlungen, meine zum Beispiel Super Dragon Ball Heroes Karten, hiermit Super Saiyan Blue Vegetto, den wir gerade in Dragon Ball Legends gezogen haben und so weiter. Ich hoffe, da kommt bald wieder mehr. Dragon Ball Display müssten wir euch auch noch aufmachen, aber es kostet alles immer Geld. Und dies, das, Ananas, ihr wisst Bescheid. Deshalb freue ich mich immer über jede Kanalmitgliedschaft hier auf diesem Kanal. Jeden Daumen nach oben, jedes kostenlose YouTube Abo, jeden Kommentar. Vielen Dank für euren Support. Da schaltet die Kamera vor Freude direkt um. Oh Mann, Kamera. Kamera, hallo. Ah jetzt, so. Kamera, du gehst mir auch auf die Nerven. Und der letzte für heute ist... Oh mein Gott! Was? Das ist doch... Oh mein Gott! Wir haben es geschafft. Wir haben den Chase gezogen. Guckt mal, der ist hier nicht drauf. Mickey, Minnie, Lilo, Stitch, alle hier mit drauf. Und das hier ist einer der zwei Fragezeichen. Oh mein Gott! Wie geil! Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas wert ist und so weiter. Echt kein Plan. Aber ist ja cool. Das ist der alte Mickey noch, damals vom, ich glaube, ersten Film. Mit dem Dampfschiff in schwarz-weiß. Hier hat er auch die Mütze auf. Oh mein Gott! Wir haben es echt geschafft, einen Chase zu ziehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es einen silbernen und einen goldenen gibt. Geil! Also leider zweimal Winnie, der Puhbär. Aber dafür auch einen, der Chase aus einem der Charaktere, den man unbedingt ziehen will. Leider keine Alice und so weiter. Aber trotzdem bin ich zufrieden natürlich mit meiner Chase-Figur. Sehr, sehr gern. Leute, schreibt gerne eure Meinung zu diesen Figuren in die Kommentare. Ich finde sie wirklich wunderschön. Sehr hochwertig. Wenn ihr die im Laden seht, sollte man echt mal mitnehmen. Ich glaube, ich habe sie aus dem, keine Werbung, Rufu oder so. Sollte man sich echt mal zulegen. Ich finde die geil. Sehr hochwertig. Vor allem, wenn man ein großer Disney-Fan ist. Gönnt sie euch, Leute. Und jetzt sage ich schon mal, danke fürs Zugucken. Ich freue mich den Arsch weg. Ich werde gleich mal googeln, was der kostet. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Aber Leute, wenn ihr euch, wenn ihr noch die anderen Videos noch nicht gesehen habt, guckt euch gerne mehr Videos auf der Endcard an, mehr Videos auf meinem Kanal. Es gibt genug zu gucken. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bruder, Schwester, Faust geht raus. Haut da rein. Und ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020